ja hallo herzlich willkommen zurück hier bei green hell wir haben mit feuer jetzt angemacht und jetzt gucken wir noch mal in unser büchlein wegen diese diesen gebräu was wir uns da kochen sollen ayahuasca den napf haben wir dazu diesen ritualen jetzt brauchen wir noch das zeug wo stand es noch mal geschrieben also schritt 1 entzünder ein feuer unter einem zeremoniellen kessel schritt zwei sammeln die zutaten und wir sie hinein das ist es doch dann brauchen wir jetzt dieses psychotika zeug das ist das hier haben wir einmal ok ich will jetzt trinken oder was hey what are you doing here oh hey wait Was? Was? Wie rennt ihr ihn jetzt tatsächlich hinterher? Wie war es der Geier? Es wird alles schön bunt Ah, das Zeug ist wohl gut Hey, Kind! Wo bist du? Wo bin ich? Zum Antworten gedrückt halten Kleiner Hallo? Hallo? Mia? Bist du das? Bist du das? Oh oh Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Maybe It would have been better If I'd just died back then Große Kino Das sind die Erinnerungen offensichtlich Was? When the American colonization began The conquistadores brought their diseases here with them Many tribes were wiped out and the rest moved even deeper into the jungle Chief Quirini Chief Quirini went on and on about whole generations of his ancestors being decimated until they received a gift from the jungle And me? Naively I assured them about our good intentions Just mind me Just mind me Cool gemacht Cool gemacht Cool gemacht Cool gemacht Sie haben uns als eigenen. Sie haben sogar... Sie haben sogar ihren Geheimen mit uns. Gott, mein Gott. Was haben wir gemacht? Und es ist willkommenulla. Sie können nicht nur vorliegen, weil es nicht so lange nicht so ich bin. I just wanna... Jake? Come in, please! I need you! Mia? Wait! I'm here! Hello? Jake? Please... I can't live without you. Mia? Is it really you? What happened? Are you safe? Thank God that you're alive! Me? I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. I was hoping you could tell me that. You called me in the middle of the night and I ran out to look for you and all I remember is running and falling? Wait. You fell? That doesn't sound good. Okay, take it easy. Breathe. Do you know where you are? I... I... I have no idea. Can you give me some clue as to your whereabouts? A landmark or something? I found a map. It's half burnt but there's a location marked on it. Uh, Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can you get there? Well, I will try. You... tell me... left me. Mia? Come again? You're breaking up. Without the... I'll hope... Mia? 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 Oh, fuck! Die Batterie ist tot. Okay, das waren jetzt Eindrücke und mit den Eindrücken machen wir hier jetzt auch erstmal Schluss für diese Folge. Und wir werden in der nächsten Folge gucken, wie es weitergeht. Vielen Dank für euer Adresse. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!